Lord of the Great Mortis River Dein Dinosaurierfreund will mir Frieden andrehen. Das ist auch nicht mehr. Mach doch. Ne, ich fall dir nicht in den Rücken so wie du mir. Das ist dein Metier. Ja, dann Glückwunsch zu deinem ersten Vassalien halt. Du bist echt deinem Squid. Ist das halt echt tatsächlich so oder wir? Ist ja geil. Also er ist jetzt die Perfektion.